Der Klimawandel ist leise, aber er passiert. Genau in diesem Moment. Und er bedroht unsere Zukunft. Tanz mal drüber nach. Puh, ganz schön anstrengend, aber der Klimawandel passiert leise. Tanz mal drüber nach. Also, ich hab da Bock zu. Am 18.05. kommt die Silent Climate Parade, nämlich von Hannover, zu uns nach Oldenburg. Und wir wollen mitmachen. Bist du dabei? Schnapp dir deinen Freund, deine Freundin, komm zwischen 13 und 14 Uhr zum Bahnhofsvorplatz nach Oldenburg und dann tanzen wir. Der Klimawandel passiert leise. Also, ich übe mal noch ein bisschen und dann sehen wir uns am 18. in Oldenburg. Bis dann! Bis dann!